Die große Überraschung für mich ist Leica Creos L5009, aber viele neue Leica Modelle sind so überraschend, dass ich der Meinung bin, man muss sie mal zeigen, um die Unterschiede zu sehen von vielen anderen Fahrzeugen, die von außen so ähnlich aussehen, aber denn drinnen komplett anders sind. Ja, was hier anders ist, das zeige ich euch gleich mal, denn eigentlich ist alles anders. Vom Aufbau, vom Konzept her, wir haben hier eine Alderheizung mit drin, wir haben einen richtigen Doppelboden mit eingebaut, mit Durchlademöglichkeit. Schaut euch bitte für den Doppelboden Garage das Schwestermodell an, den L5009 ohne Hubbett, denn das Ganze wirkt natürlich hier nochmal ganz anders. Wir haben ihn eben gezeigt mit Kunstlicht und jetzt seht ihr das Ganze mal mit Tageslicht, aber 168.874 Euro, Grundpreis 127.2. Ist natürlich auch eine Ansage, denn wir liegen hier schon im absoluten Liner-Bereich, auch von der Höhe von der Optik her werden wir das Ganze jetzt mal beleuchten, Aber mich hat es ziemlich umgehauen. 20. September 2022, große XL-Aufbautür ist hier mit drin und wir sind im Freistaat in Sulzemos, hier bei der Firma Zellerer. Und hier kann man das Ganze auch besichtigen und damit ihr euch ein bisschen vorbereiten könnt für den weiten Weg, habe ich mir überlegt, komm, ich zeige euch mal die ganzen Modelle. Das ist das Heck, eine sehr automotive Heckform, also gar nicht so diese typischen Rundlampen, die man hat, das machen andere auch sehr, sehr gut, aber es ist nochmal so eine Schippe exklusiver. Wir haben ein Alko-Tiefrahmen-Chassis, sehr, sehr breit, auch hier drunter, das heißt also, hier kommen die Räder fast bis nach außen ran, macht natürlich auch eine tolle Fahrdynamik. Die Vorderräder sind natürlich weiter nach innen, Rückfahrkamera ist mit eingebaut. Große Heckgarage, ich meine 250 Kilo Zuladung. Wir können uns die Daten ja nochmal kurz anschauen, die wir hier haben. Hier liegen wir bei Masse fahrfertiger Zustand, 3810 Kilogramm, technische zulässige Gesamtmasse 4,5, also rund 700 Kilo Zuladung, die wir hier noch haben. So, gehen wir mal rein und vielleicht ein kleiner Hinweis, ja, er ist über 3,5 Tonnen, damit wäre die Frage auch beantwortet. Ja, der Freistaat in Sulzemos hat tolle Matten, die nehmen wir jetzt mal weg, damit wir hier mal ganz kurz drunter gucken können, denn auch hier habe ich den Doppelboden als Stauraum, habe da Zugriff drauf und hier sieht man auch mal, wie das Ganze hier nochmal gemacht ist. Alles ist nochmal zusätzlich ausgefräst, um ja, so viel wie möglich Gewicht zu sparen. Das sieht man hier eigentlich ganz gut. Also da ist alles nochmal gewichtsoptimiert ausgefräst. Gerade nochmal zumachen, das muss ja im Zweifel auch nur mein Gewicht halten. Das ist dann nicht so wild. Kann man hier die Klappe nochmal schließen, die Surface-Klappe. Spiegel an der Seite, aber jetzt sieht man auch tagsüber, ohne dass ich Kunstlicht habe, wie das ganze Design wirkt. Also du hast richtigen Möbelbau mit drin, eine Geschirrspülmaschine ist hier mit eingebaut und hier die Besonderheit, wir haben kein Hubbett und dadurch ist natürlich das ganze Fahrzeug nochmal eine Spur weit größer, luftiger und das Hubbett trägt natürlich auf. Und hier, denke ich mir, für zwei Personen ist Doppel-Längsbetten hinten vollkommen ausreichend. Das Hubbett vielleicht auch nicht zwingend erforderlich. Neungang-Automatik hier mit drin. Die bewährte ZF-Automatik und die Assistenzsysteme von Fiat sind alle mit eingebaut. Nikon X, Nikon X, Nikon Xenic ist hier eingebaut, Navigationssystem und ein Remi-Verdunkelungssystem an den Seiten ist hier mit integriert. So sieht das ganze aus. Hier kann ich das ganze ausziehen und das habe ich an der vorne an der Seite auch. Also über diese beiden Drucktaster kann ich das beide nach innen dann schwenken und in ungefähr gefühlten 30 Sekunden verdunkeln. Hier sieht man auch sehr schön diese Optik von diesen ganzen Beschlägen. Sieht aus wie gebürstetes Aluminium oder Edelstahl. Also eine sehr, sehr hochwertige Optik. Auch die Beschläge, alle von Häfele. Das ist also richtig schön anzusehen. Und natürlich auch beheizt. Also man sieht also wirklich in jedem Detail. Du hast also überall Heizschläuche liegen. So, wir gucken mal gerade. So sieht zum Beispiel so ein Stauraum mit aus. Das ist das CBE Bedienpanel mit dabei. Und hier ist die alte Heizung. Fahrzeug hat im Moment ein bisschen wenig Energie. Nehmen wir an, dass es nicht am Außenstrom hängt. Das macht aber gar nichts. Denn ich wollte euch erst eigentlich mal zeigen, wie wirkt das Ganze bei Tageslicht in Verbindung mit Spülmaschine. Und diesen wirklich sensationell gestalteten Küchenblock, der hier mit drauf ist. Der komplett rund ist. Das heißt, das Ganze hat eine eingefasste Form von oben nach unten in so einer Art Mineralstoff, der hier mit drauf ist. Nein, es ist nicht beleuchtet. Die Sonne scheint drauf. Von hier oben. Und ein zweites Spülbecken hier mit dahinter. Das ist hier ausgefräst. Das muss Mineralstoff sein. Also anders kann ich mir das im Moment nicht vorstellen. So, dann drei Flammen Kochfeld mit drin. Viele interessante Details, wie hier Ausziehschränke, die überall mit drin sind. Aber hier, guck mal hier, da ist noch ein Apotheker, den habe ich euch unterschlagen. Der lässt sich ausziehen. Auch das ein Detail, das du bei vielen nicht so hast. Den großen Dometic Tower von beiden Seiten zu öffnen. Und der Dometic Grill, der hier mit eingebaut ist. Das Ganze ist zweifach verschließbar. Wir haben Doppellängsbetten hier mit drin. Der Fernseher hier ist bereits installiert hinten drin. Und zwei große Kleiderschränke, die eine Besonderheit haben. Sie haben Auszüge mit drin. Das heißt, also hier sind von RAM richtige Schwerlastauszüge montiert. Die Wäsche, Schuhe, das ist hier angeschrägt direkt für Schuhe, die abzulegen. Und auf der anderen Seite hast du das gleiche von RAM dann nochmal in einer ganz großen Version, wo du deine kleine Haken dann einhalten kannst. Ja, das Ganze von RAM Industries. Wirklich ein bekannter Hersteller für solche Schwerlastauszüge. Hammer. Also das hier zu sehen ist natürlich ein richtiger Traum. Der Schlafkomfort, der ist auch nochmal da. Wir haben hier Teller. Das ist dann nochmal die Leiter mit drin. Falls das ganze System hier erweitert wird. Da gibt es dann eine Platte dazu. Und dann kann ich hier eine Liegewiese draus bauen. Hier ist schon mal die Erweiterung. Hier ist mit dabei. So, hier ist der Fernseher. Auf der Seite montiert. Und dann habe ich eine Zwischentür. Ich drücke einfach hier runter. Und dann ziehe ich die Tür einfach zur Seite. Ihr merkt, ich mache das alles mit einer Hand. Und habe dann hier von Häfele jeweils nochmal so Spannbänder mit eingebaut, dass sich diese langen Türen auf keinen Fall irgendwie verziehen. Und sie gewinnen dann nochmal massiv an Stabilität und wabbeln auch nicht so rum. Das hier ist wirklich, also wirklich gut gemacht. Man hat auch nicht so das Gefühl, das geht jetzt morgen kaputt. So, das gleiche nochmal hier in der großen Tür. Und hier sieht man ein schönes Detail. Das Ganze geht magnetisch hier. Also dieser Beschlag hier ist magnetisch. Und sobald ich hier vorbeikomme, geht er raus. Vielleicht habe ich das gesehen. Der klickt dann richtig raus. Klack. Und geht dann raus. So, dass ich die Tür theoretisch auch weiter öffnen könnte. Aber dann wäre sie hier am Anschlag. Aber jetzt ist sie eingeschlagen. So, und dann habe ich hier eine Raumtrenntür. Habe hier an der Seite mein großes Bad. Wo ich dann auch reintreten kann. Eine Schieferoptik an den ganzen Wänden mit dran. Und jede Menge Spiegel. Das ist schon richtig frappierend, wie viele Spiegel hier drin sind. Dahinter verbergen sich natürlich fast überall. Hier jetzt nicht. Aber auf der Seite auch große Spiegel. Und hier die Möglichkeit, deine Bademäntel oder Badetücher aufzuhängen. Hier kannst du die sogar trocknen. Und von Argo eine Spülarmatur mit drin. Eine Wascharmatur. So, das Highlight ist aber wirklich die Dusche. Und hier funktioniert die Transportsicherung über so ein Magnet, der komplett von oben bis unten dran ist. Deswegen muss man so ein bisschen mehr ziehen. So ist aber richtig zu. Hier klappert auch wirklich nichts. So, und wenn du den einfach aufmachst, einfach ein bisschen mehr ziehen. Und dann ist hier oben eine große Regendusche mit drin. Und da ist dann die Duscharmatur integriert in so eine Art Edelstahloptik. Aber es denkt mal, es ist Aluminium. Könnte aber auch Edelstahl sein. Sieht auf jeden Fall ziemlich classy aus. Und so eine Art Apotheker, den ich dann benutzen kann, für alles Mögliche hier reinzustellen. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier reinstellen würde, aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss man da irgendwelche Ideen haben, was man macht. Ja, das ist das Modell Kreos L 3009, glaube ich. Guck gleich nochmal nach. Müsste aber der sein. Ohne Hubbett. Und das Raumgefühl hier ist wirklich sensationell. Also ohne Hubbett ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Wir sind im Freistaat. Hier sind die Daten. Aber natürlich im Preisbereich liegen wir 168.874. Kreos L 5009. So ist es 5009. Merkt euch die Zahl. Heute am 20. Oktober 2022. Einen Montag. Tschüss.